Die Messerschmitt Bf 109 war ein Jagdflugzeug des Zweiten Weltkrieges. Mit rund 33.000 Maschinen gehörte sie zu den meistgebautesten Flugzeugen. Von diesem Stützpunkt gingen sie in die Luft. Der Erstflug fand im Mai 1935 statt. Bis 1945 blieb die Bf 109 das Standard-Jagdflugzeug der Luftwaffe. Das Bf steht für die Abkürzung Bayerische Flugzeugwerke. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 470 kmh. Bei 2,2 Tonnen Gewicht.